Tuck, 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 tuck. Ja, ja, ich weiß. Aber wir sind stärker als vorher. Ein bisschen jedenfalls. Ein bisschen jedenfalls. Ähm, mal einen Trank trinken. Ich packst es erst mal wieder weg. Und... Lass es wieder vor. Dann können wir es auch mal öffnen. Ich habe Speichern vergessen, hervorragend. Ja, super. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ah, Mann, ey. Lauf mal kurz weg. Ist gerade nicht gut. Ähm, das lief irgendwie nicht. Ja, ich darf nicht. Ich muss das mit dem Blitz machen, weil das... Ah, ja, ja, ihr lauft mit daheher. Lauf, Baby. Lauf. Lauf um dein Leben. Sieh auch voll nicht zu. Was soll mir das wohl gelassen? Ja, genau. Hör einfach mal auf, diesen Zauber zu sprechen, weil der ist zu teuer. Nee. So. Ja. Ja. Komm schon. Mann. Das ist echt hetzend. Das habe ich dir immer nicht mehr gemacht. Ich zeile mich auch mal in der Schippe schneller. Ich speichne mir das mal ganz gut zum Inizium oben. So sieht es in mir aus. Komm, mein Schatz. Ich sehe nichts. Ich hoffe, du siehst was. Ich tue es nicht. So gar nicht. Ja, ja, das ist mir schon klar. Gut gemacht, mein Schatz. Gut gemacht. Hm. Jetzt verstehe ich auch langsam, wo mein Problem liegt. Ich habe ja jetzt nicht mehr diese tolle Magierrobe an, die mir ziehen. Aber. Wenn ich sie nicht verkauft habe, müsste ich noch einen Ring haben, der das fast gleiche tut. Nee. Habe ich nicht mehr. Schiert. Lebensenergie. 4%. Ja, das müsste ich, ich brauche so einen Verzauberungstisch, aber vielleicht, vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, ist da drin einer. Oh Gott, da habe ich hier schon ohne Ende. Zeug zum Einsammeln. Oh Gott. 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 Oh. 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 Ja, ich würde es nicht machen, weil wir nicht mehr, wo ich hin muss. Also, da kommt es schon wieder, okay. Wo? Da! Ja, weil Skubus tut Hilfe. Ah, jetzt kommt die von allen Ecken, kann es sein. Yes, baby. Okay, es lief doch gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Genauso hier waren wir jetzt. Okay. 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 Benötigt ein Schlüssel. Wenn das ein Rätsel ist und ich diesen Schlüssel hier irgendwo finden muss. Dann kann ich dir leider jetzt schon sagen, dass das nichts wird. Weil daran bin ich echt nicht gut. Okay. Komm schon. Da! Da! Na, ich bin ja auf mich zu erschrecken. Ich bin hier gerade ultra angespannt. Okay. 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 Also nochmal. Hier waren wir. Und hier kommt schon wieder Musik. Ist nicht gut. Ist echt nicht gut. Wo sind diese Gegner? Benötigt ein Schlüssel. Ich glaube, ich komme hier nicht weit. Weil ich habe noch keinen Schlüssel gefunden und brauche aber jetzt schon einen. Ich höre sie marschieren in jedem Fall. Um... Hmm. Ist mir gerade irgendwie nicht ganz klar. Ja, erstens, wo die herkommen und zweitens, wie ich an dieses sagenumwogene Schlüssel kommen soll. Also ja, mir ist schon klar, da sind Gegner, aber ich komme da ja partout nicht ran. Und das ist ein bisschen problematisch. Bin ich hier irgendwie, ne? Also, wenn du mir da einen Tipp geben magst, gerne. Also vielleicht gehört das auch zu einer Quest, bei der ich einen Schlüssel bekomme. Aber aktuell... Irgendwie eher weniger. Na gut. Das war ein Versuch wert, wie ich finde. Dann laufen wir eben wieder zurück. Oder wollen wir uns mal teleportieren? Also wir haben es ja. Also mal ganz ehrlich, wir haben es. Wir haben drei Stück davon. Benützen. Ähm, war ich undeutlich. Als ich sagte, benutzen. Ja, nee, jetzt geht's los. Und teleport. Zauber, zauber, zauber. Ist eine hübsche Animation. Dauert mir persönlich aber zu lange. Aber es sieht mega cool aus, wenn jemand einen, der sich weg teleportiert. Puff. Direkt auf dem Marktplatz gelandet. Familie Smiten. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. So, ich müsste dann mal mit den Kollegen da reden. Nee, lässt er mich auch bei sich übernachten, weil wir haben ein dezentes Problem mit dem Wetter. Das sieht doch schon ziemlich cool aus, oder? Findest du nicht? Ich find schon. Zumindest bei Nacht. Schleichi, schleich, schleich. Gucken, ob ich den anschleichen kann. Gucken. Gucken. Das hat er gemerkt. Okay, und wenn ich jetzt weglaufe? Also, sind dann jetzt alle hinter mir her? Helfer, Schwerte verfolgt. Der muss ja irgendwann aufhören, hinterher zu rennen, oder? Oh, oh. Oh, okay. Die sind dann alle hinter mir her. Oh, man. Der hat aber ein tolles TAD. Vielleicht möchte ich das gerne haben. Ach. Habe ich nicht irgendwas... ...dass mein Taschendiebststahl mal eben... ...erhöhlt? ...so um 12.000 Prozent. Nee. Das ist schade. Werde ich denn bei allem entdeckt, was ich klaue, oder nur bei dem super-mega-tollen? Das ist das Hammer. Okay, wenn ich das jetzt klaue... ...Shift-Ausrüstungsmodus? Wie? ...Nutzen? Nutzen? Benutzen? Also, wenn ich jetzt... ...e drücke. Wurde bemerkt. Okay. Und Kopfkält erteilt. Aha. Du darfst doch schon mal leise. Du darfst doch schon mal gut. Schon wieder entdeckt. Fuck. Wenn ich mir einfach so... ...ganz leise aufstehe. Mich böse angucke. Okay, ich werde nur wissen, ob das mit allen Dingen so ist. Möchte lernen. Das hat er jetzt nicht gemerkt. Okay. Major. Sie ist tot. Oh. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Meldo ist tot. Nee, ich erzähle das. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Meldo und Motilla hatten einein für ihre, die Geschehnisse erzählen. Hm. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Meldo ist tot. Was? Äh, wir waren in der Nähe des Hauses unterwegs und ein Kistenfischer hat ja... Achso, ich lüge jetzt einfach straight. Das wollte ich eigentlich nicht. Schade. Naja, gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Danke für eure Ehrlichkeit. Äh, wie geht es? Ich glaube, diese Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Bitte, ich. Ich brauche etwas Zeit für mich. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Der Inhalt wird euch für eure Mühen entschädigen. Und jetzt bitte ich euch, mich allein zu lassen. Hm. Was? Wo? Äh, das da? Nee. Eine Schatulle hat er gesagt. Eine Schatulle. Eine Schatulle. Mein Gott, ey. Ich wohne hier nicht. Mathilda anspricht, die ist tot. Kannst du nicht anquatschen. Schatulle. 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 Da ist eine Schatulle. Ja. Dankeschön. Haha, witzig. Auch wahnsinnig witzig. Aha. Schön. Wunderschön. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke.